Du kennst Avatar von James Cameron? Dann kennst du auch den anderen Film mit ARD, den er gemacht hat und zwar Aliens. Ein Raumschiff findet einen einsamen Planeten. Darauf findet es komische Eier. Aus den Eiern kommen komische Krabbler. Und die finden wieder mal das Personal des Raumschiffs. Kurze Zeit später kommt aus dem Personal komisches Getier raus und fängt an die restliche Raumschiffbesatzung aufzufuttern. Die Bewertung. Die Story? Suppi. Dialoge? Nicht so suppi. Die menschlichen Darsteller? Suppi. Die tierischen Darsteller? Suppi. Die Quantität? Nicht so wichtig. Umsetzung? Suppi. Der Aufwand? War nie so doll. Die echten Tiere? Na ja. Making of. Habet nicht viel gefunden. Nicht gut. Und Gesamteindruck ist aber für die Zeit ein super Film. Die Tiere. Also die kleinen Eikrabbler und die großen Aliens möchte ich im Dunkeln nicht begegnen. Noch heute bekomme ich einen Schauer über den Rücken, wenn ich mir den Film nur angucke. Die sind so realistisch gebastelt. Unglaublich. Unterkarte Jonesy macht's ja heute auch super. Bumm. Als er auf das Alien trifft, kriegt er sogar eine richtige Bürste und faucht, als würde er wirklich bedroht werden. Unglaublich. Mein Fazit. Es ist vielleicht nicht der Tierfilm, aber es ist ein Film, mit dem du Jungs wie mich zufriedenstellst. Hier noch für alle ein Tipp, deren Partner nicht so oft große Filme stehen. Am Ende wird die Katze von Ripley gerettet, obwohl sie selbst in Lebensgefahr schwebt. Ein Akt wahrer Tierliebe. Aliens von James Cameron.